Hallo, zusammen ist Sommerzeit, Bäumezeit. Ich zeige euch heute, wie man einen Blauzeder-Wachholder macht. So etwas Schönes. Viel Spass mit dem Tutorial wünsche ich euch. Also ich zeige euch jetzt, wie man so einen Blauzeder-Wachholder macht, Schritt für Schritt. Also jetzt nehmen wir ganz normale Simos-Stückchen und ihr seht das Grösse im Verhältnis, ja nicht allzu gross. Die Blauzeder-Wachholder sind ca. 2-3 Meter. Jetzt der erste Schritt ist einfach, wir tragen 6 mm Fasern auf mit dem Leimspray und dann geht es weiter. Also jetzt nehmen wir einfach 6 mm, machen hier die stacheligen Nadeln nicht allzu viel, aber trotzdem so ein bisschen. Und jetzt nehme ich noch den Föhn und blase das ein wenig weg und die Fasern auch. Also jetzt habe ich einfach mit dem Föhn die restlichen Fasern nach oben geblasen und weg, dass hier so eine buschige Struktur gibt von der Blauzeder-Wachholder. Jetzt besprühe ich das Ganze noch einmal und nehme wirklich 1 mm Blauzeder. Also jetzt nehme ich hier 1 mm Blauzeder-Fasern. Dann seht ihr, das braucht schon gar nicht viel, das hält dann schon sehr gut hier. Das reicht schon, dann ist das kleine Teil schon fertig. So, jetzt ist der Blauzeder-Wachholder fertig oder auch Wachholder. Aber ich finde das extrem cool, dass es nicht nur so Einheitsbrei von den Farben her ist, sondern wirklich so ein bisschen grün-grau-blau. Also ich fand das extrem spannend, mal so etwas zu machen. Habe ich noch nie gehört, das ist exotisches. Aber für den Sommerfarben ist es auch extrem cool. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Für Leute, die meinen Kanal noch nicht kennen, gerne den Kanal abonnieren. Und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, dann werdet ihr immer benachrichtigt. So, nun wünsche ich euch viel Spass beim Nachbauen. Eine schöne Zeit, bleibt gesund. Ciao, euer Alex.